Und hallo, ähm ja, heute fahre ich nach Berlin und sitze jetzt schon im Auto und wir fahren auch gleich los. Ja, was gibt's noch zu sagen, Kathi? Ja. Ja. So, guten Morgen. Ähm, ja, es ist jetzt los, viel Uhr. Hab keinen Druck. Wir gucken gerade Fernsehen und frühstücken gerade. Wir haben ein paar Pfannekuchen auf dem Teller und Vanillemilch. Das schmückt sehr lecker. Das probiert wir jetzt nochmal. Kathi sagt, das schmückt richtig geil. Und, ja, wir essen jetzt. Gott, früß dich, früß dich, früß dich, früß dich. Es ist jetzt Dienstag. Es ist Dienstag, ja, ne? Ähm, wir, ähm, ich mach mich fertig. Und dann fangen wir gleich mit der Bahn. Und vielleicht kochen wir dann heute ein Longboard. Mal sehen. Wir sind hier jetzt am Sonnenuntergang. Ich und meine Schwester und noch jemand, wie meine Füße einfach nur braun sind. Ähm, äh, weiß und meine Beine braun. Wir sind hier mit der Bahn. Aber wir sind jetzt hier mit der Bahnherstür. Und jetzt ist das Kuchen und ich bin jetzt hier mit der Bahnheousein. Ja!